Hallo, ich bin Aminata und das ist das Fehlplatzierte Interview. Wir sind hier gerade in einem bisschen gruseligen Turm, aber ich weiß schon, wie wir dem etwas aufhellen können. Ich habe heute nämlich einen tollen Gast. Hallo und herzlich willkommen zum Fehlplatzierten Interview. Ich bin Aminata und ich bin hier heute mit Ries. Hallo! Hey Ries! Ich wollte sagen, wie bist du in Schwedisch, aber ich habe es vergessen. Hüt modem. Hüt modem. Hüt modem Ries. Hüt modem. Hüt modem. Hüt modem. Hüt modem. Hüt modem. Hüt modem. Ries ist aus Schweden. Deshalb versuche ich Schwedisch zu sprechen. Hüt modem. Hüt modem. Hüt modem. Ich kann sagen, guten Tag und ich bin Ries. Wie geht's? Was bedeutet das? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Du bist Schwedisch, aber jetzt in Deutschland. Hast du schon mal in Deutschland gegangen? Es ist nicht so weit. Du bist so weit weg. Ich habe eigentlich noch nicht in Deutschland gegangen. Ich wollte nach Berlin gehen und partieren. Aber ich habe noch nicht getan. Nein. Nein. Es ist nicht so weit. Ich weiß, es ist so weit. Ich will hier länger sein. Ich will hier länger sein. Ja. Was magst du? Zu Hause oder auf Tour? Ich mag beide. Ich meine, es ist super Spaß zu gehen. Natürlich ist es auch Spaß zu schlafen. Aber ich mag das. Das ist jetzt noch Spaß. Beside sleeping, was magst du wenn du zu Hause machst? Ich gehe zu bar mit meinen Freunden. Ich liebe Laser Dome. Hast du schon mal in Laser Dome gespielt? Ist das wie Laser Tag? Ja. Ja. Es ist fantastisch. Ich habe es schon mal gespielt. Ich mache das oft. Ich mache das oft. Das ist cool. Oddlich. Ich weiß nicht warum. Aber es ist wirklich lustig. Ist es ein Ort, wo du gerne nach Hause möchtest? Was ich noch nie zu Hause gegangen ist? Ich habe es gesprochen, heute Abend. Ich habe noch nie zu Asien. Und ich möchte nach Hong Kong oder Tokio. Das ist toll. Ich denke, es ist toll. Es gibt so viele Leute überall. Aber ich denke, es ist wirklich inspirierend. Es ist einfach nicht lustig. Es ist ein bisschen claustrophobisch, aber es ist es auch fun. So, um, where do you get your inspiration from? Um, I draw my inspiration from so many different things. Kind of my own experiences. Uh, heartbreak. And, just really everything. So you said heartbreak. Haha. Did you write songs because of, because your heart was broken? Definitely, yes. So, what are you going to do when you are in love? And you know you found the right man and you will never be heard. I think you... Do you think your music career will be... No, because you still remember being heartbroken. And also, you can find problems in relationships too, so that you can write about. So, I'm optimistic. Okay. So, what is your perfect tip if your heart is broken, besides writing songs? Uh, listening to sad songs. Oh no, really? No, I mean, I mean, it's... I think you have to let yourself feel it. I think you have to be sad for a while, and then one day you'll just kind of be over it, I think. I think you have to feel what you feel. Yes, your song, Last Dance is out right now. Yeah. What is it about? Like, if you could describe the song in like three words. Sadness, but also there's a feeling of kind of acceptance. And also end. If you feel like you got over it. Yeah. And you still sing about it. Isn't this like taking you back? Well, I mean... Yeah, but at the same time, it's like... I don't know, it's just that you still do it, and I can still relate to it when I sing to it. But it's okay because you got over it. I'm just not as sad anymore. And how about eating chocolate? Because lots of women say they just eat chocolate all day, and they are lovesick. I ate a lot of After Eights. I did. But I don't know, I don't know about eating. I didn't really eat them. I didn't eat as much, you know. That's funny because I feel like After Eights is something like just old people eat After Eights. I know. It's delicious. I love it. Did you say old people or old people? Old. Old people. But that's cute. You're like special. You play Wii and eat After Eights. I'm special. That's nice. Unique. That wonderful girl with pink eyeshadow eating After Eights and playing Wii. I love it. Thank you so much. Thank you so much. Check out below the infobox. We have your video, Last Dance, down there. And have a great day. Just check out this chimney. Yeah. I don't know what this is, but we will see. Let's take a look. Chance. Chance. Baby, every goddamn chance.